Okay, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf der Italia. Ja, wie ihr seht, wir sind hier noch mitten in der Soja-Ernte. Aber ich habe hier so gerade so einen kleinen Plan gemacht, ne. Der Drescher ist noch am Vorn. Wir können mal reingucken. Oh, der ist hier noch fleißig am Ernten. Ich habe mir so einen kleinen Plan gemacht, liebe Leute. Den könnten wir jetzt so langsam in die Tat umsetzen, ne. Wir gehen dazu nochmal wieder in New Holland. So, ich habe den Kredit bis aufs letzte ausgereizt. Ne, mehr geht nicht. So, mein Plan ist jetzt folgendermaßen. Guckt euch mal an, was wir hier an Geld für mein Silage kriegen. Also, das gehört uns beides. Wir haben beides davon da. So. Also, ich glaube, hierdurch können wir zurück auf den grünen Zweig kommen. Auch wenn wir uns das Geld leihen. So, das Einzige, was mir neu ist, ist Grün-Mais. Kenne ich nicht. Habe ich noch nie vorher gehört. Der ist wahrscheinlich zum Hexen. So, die Flächen sind hier sozusagen erntereif. Also, der Mais. Mein Plan ist es jetzt, wir kaufen uns erstmal dies Land. Viel Geld, 7,2 Hektar. Da ist Luzern nur noch drauf. Die können wir auch in der BGA heizen. So, jetzt haben wir hier zwei Flächen. So, ist jetzt erstmal soweit der Plan. Wenn noch Geld überbleibt, können wir hier noch eine Fläche von über... Aber ich glaube, das wird nicht ausgehen, dass noch Geld überbleibt. So, wir haben jetzt Fläche. So, als erstes hüpfen wir mal aus dem Trecker raus. Wir brauchen für die BGA einen Tele-Lader. Hier, die sind alle so teuer, ne? Ich habe gedacht, wir nehmen den alten. Trelleborg, was hat der denn noch? Ne, Nokia. Ne, dann nehmen wir Trelleborg. Kaufen den. Kaufen uns dazu ein Schüppchen. Schüppchen. Tele-Lader-Schüppchen. Teleskop-Lader. Gabelzange. Universitas-Schaufel. Was ist denn größer? 2046? 1760. Ne, da können wir nichts mit anfangen. Dann kaufen wir die dazu. Die kaufen wir. Jetzt haben wir ein Maschinchen... ... ...für unsere BGA zum Schaufeln. So, da können wir erstmal hingucken. Der braucht hier eh noch ewig. Der braucht nur über eine Stunde. Deswegen habe ich mir gedacht, wir gucken jetzt mal, wie wir hier im Biskump-Voran kommen. So, den können wir schon mal zur BGA fahren. Haben wir das schon mal erledigt. Ich glaube, wir mieten Häcksler für die erste Rutsche. Ich glaube, da fahren wir mit am besten. Tele-Lader war mir wichtig, damit du da reinkommst. Aber dadurch, dass wir da über 560 Euro mit Mais-Silage machen, müsste mein Plan aufgehen, dass wir das auch wieder reinkriegen. Der Häcksler kostet eine Miete pro Stunde über 6.000, 7.000 Euro. Also, da müsste ich ziemlich zügig, müsste ich da häckseln. Das wird ein ganz schöner Spaß dann. Aber ich hoffe, dass wir das wieder rauskriegen. Wir haben jetzt noch 251.000. Ich möchte jetzt erst noch nicht so viel wieder ausgeben. Wir müssten dann Bodenbearbeitungsgeräte erst noch kaufen. Ja, und dann eine zweite Fläche, weil die andere Fläche ist auch grün meist. Alles, was wir da nicht so brauchen jetzt. Säen ist natürlich. Hier ist Luzerne. Das sind ja jetzt unsere Flächen hier. Ist das richtig? Ja, da ist Luzerne. Guckt euch an. Das sind riesige Flächen. Hier die Luzerne, die ist ja auch gesät. Die düngen wir schon. Auch den Düngerstreuen müssen wir gleich kaufen. Das können wir gleich eben machen. Den kaufen wir auf jeden Fall auch noch. Und den Mais können wir hexen. Und dann machen wir jetzt die Silos voll. Und dann tun wir hier schön Geld abzocken. Dadurch können wir den Kredit wieder zurückzahlen. Aber so haben wir auch ein zweites Standbein. Deswegen haben wir die BGA gekauft. Ne? Ja, da geht ja genau der Zug durch. Und da können wir jetzt hier... Das ist grün Mais. Ich kannte das vorher noch gar nicht. Du kanntest ja nur Hexe. Der ist wohl eine neue Frucht hier auf der Karte. Oder kanntet ihr vorher grün Mais? Ich kannte das vorher nicht. Und deswegen haben wir jetzt dann hier... Schicki, Feini können wir jetzt hier... Ich muss hier runter, ne? Ja, 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 ja. Dann können wir nämlich Schicki, Feini jetzt Mais-Hexer. Hier könnten wir doch eigentlich eine Halle hinsetzen, oder? Ja, ich glaube, da können wir mal eine Halle hinsetzen, oder so. Machen wir hier die zwei Silos voll. Oder ist das große? Ist hier ein großes? Ist das ein Durchfahrsilo? Ja, hier können wir durchfahren. Dann machen wir das voll. So, Tele-Lader brauchten wir aber hier für den Pott. Ich glaube nicht, dass du da mit dem Front-Lader drankommst. So, genau da drüber ist ein Sumpf. Da gibt das noch mehr Kohlen. Jetzt seht ihr, mit dem Tele-Lader hat er kein Problem. Haben wir das schon mal erledigt, ne? Biogas und BGA Italia gehören zusammen. Ich glaube, wir machen hier ein Bild von, ne? So, bleibt mal stehen. Ganz aus. So. So? Naja, das sieht doof aus. Ja, Leute. Wunderbar. Können wir denn noch mehr Kredit aufnehmen? So, machen wir mal hier hin. So sieht's besser aus, ne? Wie es hier auch was gemeint ist. Mal können wir doch jetzt noch mehr aufnehmen, oder? Vielleicht können wir uns einen Häcksler leisten. Das wäre echt gar... Ne, geht noch nicht. Ja, wir brauchen einen Düngerstreuer. Haben wir gesagt, einen Düngerstreuer, ne? Wir brauchen auch eigentlich Mähtechnik, ne? Wenn, dann brauchen wir einen Conditioner oder so. Haben die schon Conditioner? Also Aufbereiter? Ich weiß ja gar nicht. Das hat einen und das hat einen. Wir brauchen dann nicht mit drei Metern mehr. Ja, das überlegen wir uns. Einen kleinen Düngerstreuer wollte ich haben. Obwohl, wir können auch so einen den kaufen, ne? Nein, den nicht. Wir kaufen den. Der kann beides. Machen wir so. Abdeckung brauchen wir nicht. Den kaufen wir auf jeden Fall auch. So. Dann kaufen wir Palette. Auf jeden Fall erstmal hier. Dünger. Kaufen wir eine. Und auf jeden Fall erstmal Kalk. So, dann haben wir das erstmal abgedeckt. Ne? Sind wir da? Ist mein Schicki Funny 4. Scheibenegge. Hab ich... Ach, die hab ich noch gar nicht aktiviert hier, ne? Ja. So, das haben wir. Ich glaube, wir müssen Drescher abtanken. Ja. Das haben wir jetzt schon mal Schicki Funny 4. Wir haben noch Geld über. Wir müssen noch den, ähm... Hexler mieten. Aber das können wir erst, wenn die Mission zu Ende ist. Dass wir da... Das muss hier nach außen an sich da her. Da musst du so dicht dran fahren, das sehe ich gar nicht von innen. Bei den großen Hängern. Dass wir da, ähm... Dann häxeln. Wir haben den Tele-Lader. Wir haben schon mal einen Dünger-Streuer. Wir können... Können wir eigentlich mit dem Fiat noch abholen. Dann haben wir das schon alles da. Und wenn die Mission abgeschlossen ist, können wir häxeln. Und dann muss ich die große Scheibenegge noch aktivieren. Und ich glaube, wir kaufen den 180er Fiat noch, ne? Dann haben wir drei Schlepper. Den Fiat als Zuchttier. Diesen zum Fahren. Wohin das für brauchen wir denn? Aber gar nicht. Irgendwie können Mais und so, ne? Ja. Würde ich erst mal so verfahren, ne? Liebe Leute. Ich glaube, so ein Mopfi hat erst mal, ne? Das ist einigermaßen Plan. Ob das alle aufgeht, das weiß ich auch noch nicht. Aber so können wir Kohlen verdienen. Bleibt mal eben hier stehen. Da will ich ja gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Weil das ist das, was Kohle bringt. Seht ihr? So. Leute. Soweit erst mal zum Plan. Dann sage ich erst mal danke fürs Zugucken bis hier, ne? Über ein Däumchen würde ich mich echt sehr freuen. Fände ich echt cool. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.